Hallo, mein Name ist Anastasia und heute möchte ich Sie mit einer leckeren Speise bekannt machen. Das ist ein Gebäck, mein geliebtes Gebäck und ich kann sagen, dass meine Familie auch sehr begeistert für Essen ist. So, das heißt Rohalike oder das Kipfel. Für das Kochen dieser Speise brauche ich solche Ingredienten. 500 Milliliter Mehl, 100 Milliliter Öl, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Hefe, Ei und Mehl. Zuerst habe ich alle mit zur Raumtemperatur erwärmen. Und jetzt gebe ich die Prise des Zuckers. Dann brösele ich die Hefe. Und vermische alle Ingredienten. In anderen Kochtopfschmerzen ist die Butter. Wenn die Butter ein bisschen kaltet, gebe ich die Milch und den Hefe in eine Schlüssel und vermische. Hier gebe ich die Öl. Und Zucker. Zu dieser Mischung gebe ich das Mehl und verratete alles zu einem mittelfesten Teig. Er muss genug zerflüssig sein und genug fest werden. So, der Teig ist fertig. Und jetzt muss ich den Teig in vier gleiche Teile teilen und forme Kugel. So, das ist eine Kugel. Und jetzt muss ich diese Kugel ausrollen. Und jetzt muss ich die Kugel ausprobieren. 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 Ich kann die Kirsche, die Apfel, die Aprikose oder andere Bier sein. Aber am besten und am leckersten für mich und meine Familie sind Milchbonbons und die Schokolade. Die schmecken sehr gut. und hier ist meine Kühlung und jetzt sein Sie sehr aufmerksam. Ich nehme ein Bonbon auf einen Teil und drehe ihn, um einen Kipfel zu formen. Aber ich habe ein Geheimnis, in der Backräume werden diese Bonbons dünn, darum muss ich zwei Enden zusammenpressen, damit die Füllen nicht auffließen. Das ist ein Rahalik. Und jetzt tauche ich in ein Ei und dann in Zucker. Ich habe das Blech mit Backpapier ausgelegt, gefettet, gefettet ihn und jetzt gebe ich Rahalik darauf. So, alle meine Rahalik sind fertig. Und jetzt ist die Zeit für das Abbacken. Jetzt stelle ich das Blech in die Backrohre. Und warten. Das für eine Schönheit und das genug ist wunderbar. Und ich zeige Ihnen, schau mal. Hier. Sehr lecker. Und ich rate Ihnen dieses Kochrezept und freuen Sie öfter deine Familie mit etwas Leckeres. Alles Gute und auf Wiedersehen. Sch wissen Sie. 4 15 16 16 Vielen Dank.